Okay, kommen wir jetzt zu den Gesichtsübungen. Die Gesichtsübungen können heute heißen. Man massiert intensiv vom Kinn über die Wangen, über die Schleppen bis zum Haken und vorne sanft runterbleiben mit den Händen. Man wird intensiv hoch massiert sanft runterbleiben. 9 oder 18 mal oder 36 mal kann man das machen. Dann geht die Richtung umgekehrt von dem Kinn zu den Mundbinken. Nasenprügeln. Und intensiv hoch zur Stirnlustieren und an den Seiten unterhalten. 10. 10. 10. 11. 12. 12. 13. 14. 15. Auch dieses 9.18 Mal machen. Als nächstes werden wir die Fingersprung, nicht mit den Nägeln, kreisförmig. Ihr Kopf kommt nach der Tür massiert. Die Fingersprung 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 kommt nach der Tür massiert. Auch 9 Mal machen. Nächste Übung ist die Haare. Hierbei werden die Finger abgeschaltet und mit dem Fingerlegen ganz intensiv reinmachen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017